Bro, ich hab da so ein Mädel kennengelernt, okay? Die sah wirklich sehr süß aus. Oh mein Gott, das war ein bildhübsches Mädchen, Digga. Bildhübsch. Man ging auch die Sache wirklich so, du musst dir vorstellen, ich war nicht verliebt oder so gleich, aber ich fand sie sehr interessant, ich fühlte mich auch so hingezogen zu dir, okay? Irgendwann kommt man sich natürlich näher, man trifft sich und man ist irgendwann zusammen, ohne es auszusprechen, wie sind der jetzt zusammen oder so, ne? Man ist dann halt so zusammen, hey, Schatz, die Stars, bla bla. Innerhalb dieser Beziehung hab ich gemerkt, wie krankhaft eifersüchtig die Alte ist. Die war so eifersüchtig, Bro. Ich hab wirklich viele Frauen kennenlernen dürfen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich einen krassen Bodycount habe, oh 100, um Gottes Willen. Ich hab viele Menschen kennengelernt, das meine ich damit. Aber so eine wie die hab ich echt in meinem Leben noch nicht erlebt. Das war zu meiner Zeit, wo ich Lahn-Detektiv war, Jungs, okay? Ich hatte einen Tag frei gehabt, musste aber zum Kudamm. Das ist hier so eine beliebte Gegend in Berlin, Berliner Kennenberg. Genau, sie ruft mich an und fragt mich, wo bist denn du? Und sie sagt, ich bin am Kudamm. Bro, die hat am Telefon, das war das erste Mal, ne? Die hat am Telefon so einen Ausraster geschoben. So was habt ihr in eurem Leben nicht gehört. Ich hab das auch nie wieder in meinem Leben so mitbekommen, wie ein Mensch so ausgerastet ist. Die war eifersüchtig, Bruder. Dass ich da bin und da sind ja auch andere Frauen und so. Bro, mach mal nach. Digga, selbst wenn ich's wollte, ich könnt's nicht nachmachen. Ja, und es hat auch nicht zu der gepasst. Bro, die war 1,55 oder so groß. Sie war so ein richtig süßes Mädel gewesen. Boah, ist die ausgetickt. Digga, sie hat Sachen gesagt, wie, äh, äh, du wirst sehen, ich bring dich um und so. Voll krank, Bruder. Also, die war nicht ganz sauber in der Birne. Ich sag dir, die war echt nicht sauber. Ich war nur geschockt, Bro. Ich hab gar nichts gesagt. Ich war einfach nur geschockt, wie sehr die ausgerastet ist. Ich hab einfach erstmal aufgelegt. War das ein Mannsweib? Nein, gar nicht. Ein sehr feminin, Digga. Die war sehr feminin an sich. Die war jetzt nicht so, hier, ich hab das Sagen und hast du nicht gesehen. Nein, nein, überhaupt nicht. Und es war das erste Mal so, dass ich so diese Eifersucht bei der gesehen habe. Ich hab halt meine Sachen erledigt, dann bin ich, äh, äh, Dings hier. Hast du hier hingefahren? Dann hab ich die gefragt, ob die nicht mehr eine Latte am Zaun hatten und ob die irgendwie behindert in der Birne ist. Äh, Schatz, es tut mir leid und hier und so. Ich so, ja, aber warum tickst du denn so aus, weil ich irgendwas zu tun habe? Und da hat sie dann so einen auch wieder, ja, es tut mir leid, Schatz, ich bin halt eifersüchtig und hier und da und tralala. Okay, alles gut, schick und schön. Nach gewisser Zeit so, ich meine, so alle, so immer so, so zwei, drei, vier Tage später immer wieder so in diesen Zeiträumen mit diesen Abständen, ist die immer so eifersüchtiger geworden. Die ist immer eifersüchtiger geworden. Ich musste zum Beispiel zu einer Hochzeit von einem Kumpel, ne? Ich bin zu einer Hochzeit von einem Kumpel gegangen, Digga, von meinem Kindheitsfreund. Ich kenne den Jungen, seitdem ich, äh, seitdem wir denken können, wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen. Digga, macht die da, die hat richtig Filme gemacht, Bruder. Die hat richtig krasse Filme gemacht. Nein, du kannst da nicht hin. Ich so, komm doch mit. Nein, ich komm nicht mit und du kannst da auch nicht hin. Ich so, Digga, das ist mein Freund, hallo. Das ist nicht irgendeine Hochzeit von XY, das ist ein Kumpel. Nein, ich erlaube es dir nicht. Wie, du erlaubst es mir nicht? So, sag mal, bist du irgendwie durch in der Birne? Guck mal, ich gehe da so oder so hin. Ich frage dich hier nicht um Erlaubnis. Bist du blöd oder so? Was glaubst du, wer du bist? Überhaupt aufgelegt. Bruder, oh mein Gott. Dieses Auflegen hat irgendwas in ihr ausgelöst. Also ich wusste, also ich bin natürlich zur Hochzeit von meinem Kumpel gegangen. Ich bin, hä? Ich wusste aber ganz genau, die nimmt ihre Bude wahrscheinlich gerade auseinander. Die nimmt ihre Bude gerade auseinander. Du musst dir vorstellen, mein Handy, ich habe komplett auf lautlos gestellt. Auch nicht auch so auf Vibrationen oder sowas, ja? Komplett lautlos. Ist in meiner, in meinem Sakko hier drinnen so, in der, in der Innentasche. Alle 10 Minuten gucke ich da rauf, 50 entgangener Anrufe und so. Beim Tanzen, wir tanzen so, okay? Also auf der Hochzeit, wir tanzen so. Ich hole mein Handy so raus, ich gucke so rauf. 32 entgangener Anrufe, Arme, ne, komm rein, weiter. Ich wusste, die ist auf jeden Fall am Durchdrehen. Ah, juck mich doch nicht. Ist mir doch scheißegal, Alter, hä? Naja, irgendwann Hochzeit zu Ende. Ich gehe nach Hause, ich gehe in mein Zimmer, ich rufe die an, ne? Bruder, es hat nicht mal, also kennt ihr das? Wenn ihr so Kumpels anruft. Stell dir mal vor, du bist am Handy, du bist gerade so am Zocken oder einer ruft dich an und du nimmst direkt an. Auf der gegenüberliegenden Seite kommt dieses Freizeichen nicht. So, wenn du jemanden anrufst, zack, der ist schon dran. Bruder, die war, zack, war die dran. Es kam kein Freizeichen. Es kam kein Freizeichen. Bam, die war dran. Ich so, ey, ich hab nur ey gesagt. Bruder, sie hat Mordfantasien, die ich jetzt hier nicht aussprechen kann. Von sich, ey, Digga, also. Oh mein Gott, ist die ausgetickt. Digga, hätte ich Lautsprecher angemacht, meine Eltern hätten das drinnen gehört. Du musst dir vorstellen, ich hab das so am Ohr und ich bin mit meinem Bruder im Zimmer. Ich hab ja kein eigenes. Mein Bruder guckt mich nur so an. Ich guck meinen Bruder so an, wie er mich und so am Telefon zwischen uns. Die ist explodiert, Digga. Die war, ich hab aufgelegt. Mein Bruder fragt mich so, brauchst du Hilfe? Geht's dir gut? Ja, dir. Alles gut. Das ist eine kaputte. Und da wusste ich, Digga, nee. Also, ich brech das hier ab. Ja, ich brech das hier ab. Ich treff mich mit der und sag zu ihr, ey, wir müssen reden. Guck mal, wir treffen uns. Ich hätte auch sagen können, ey, ruf mich nie wieder an. Ja, aber ich... Was soll ich jetzt sagen? Ich kann so etwas... Guck mal, ich kann so etwas... Ich weiß, die ist anscheinend verliebt. Ja, die ist anscheinend verliebt. Und ich will... Wenn du schon sagst, du willst es nicht, dann mach es wirklich vernünftig. Ja, nicht so plump mit einer Nachricht. Eigentlich hätte ich dir einen Kontakt... Also, es wäre schlauer von mir gewesen, den Kontakt abzubrechen. Ja, es wäre wirklich schlauer gewesen. Einfach zu sagen, blockier Nachricht, dies, das. Also, wirklich. Ich treff mich mit der. Und ich sag zu dir, pass auf. War schön, dich kennengelernt zu haben. Aber du bist... Also, tut mir leid. Nee, mit dir werde ich nicht alt. Will ich nicht. Sorry. Wie war sie in der Kiste? Nein, also. Was soll ich denn sagen? Alles gut. Ich sag dir halt, ey, mit dir werde ich nicht alt. Wird nichts. Und, Digga, da fing die an zu weinen. Die hat erstmal angefangen zu weinen. Aber wie? Wie die angefangen hat zu weinen? Bruder, ich dachte, die stirbt gleich. So hat die geweint. So blöd, wie ich damals war, bin ich so drauf reingefallen. Ich bin wirklich drauf reingefallen, Digga. Und ich hab gesagt, okay, komm, wir probieren's nochmal. Bla, bla, bla. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis sie wieder einmal irgendwie so austickt. Eine deutsche... Nee, nee, das war eine kurdische, Digga. Das war eine Kurdin gewesen. Bro, dieser Fehler. Das war... Es war wirklich... Digga, ich war jung und dumm. Ich war halt jung und dumm. Was soll ich dir sagen? Auf jeden Fall. Also, man kann sich ja... Ein normaler Mensch kann sich jetzt hier ab diesem Zeitpunkt vorstellen. Die ist ja nicht... Also, die war nicht danach auf einmal ganz... Ein anderer Mensch war nicht mehr so krass. Nicht mehr eifersüchtig, so. Weißt du, was ich meine? Die war... Also, die war immer noch... Voll durch, Digga. Und ich hab in dieser Zeit ihren Bruder kennengelernt. Und ihr Bruder mochte mich sehr. Und der hat mir dann so ein paar Sachen erzählt. Und dann kommen wir jetzt so langsam ins Borderline-Syndrom-Geschichte. Ja. Die hatte diese Borderline-Sache, Digga. Mir war das auch unangenehm gegenüber dem Bruder. Ich hab zu ihm gesagt, pass auf. Also, ich bin hier mit nicht bösen Absichten aufgetaucht oder so. Aber ey. Ich bin ein Mensch und... Also, so gehst du nicht mit... Ich heiße mal drauf, dass ich ein Mann bin. So gehst du nicht mit Menschen um. Also, weißt du? Also, der Bruder war wirklich ein sehr feiner Mensch gewesen. Sehr feiner Mensch. Und der wusste auch, normalerweise, ihr wisst, so in diesen Kulturkreisen gibt's nicht so Zusammensein hier und da. Oder wenn überhaupt da... Wie, du bist mit meiner Schwester zusammen. Wir waren schon cool miteinander. Und er wusste auch, okay, Digga, der ist kein Dreckiger. Und der hat mir das erzählt. Ich wusste auch nicht, was die so nehmen... Also, guck mal, wenn wir uns normal getroffen haben... Ihr wisst doch, wie Mädels sind, ne? Die Fingernägel und hier schminken und so. Da hast du ja... Sie hat die gerade geschrieben. Nein, Bruder, das ist einer von euch. Einer aus dem Chat fickt gerade Kopf. Auf Instagram. Bruder, hört auf, mir diese Filme zu machen. Das könnte sie wirklich sein. Ich will gar nicht auf Handy gucken gerade. Auf jeden Fall. Als er mir ein paar Sachen erzählt hat, habe ich auch zum Beispiel gesehen... Digga, ich hatte das selber. So Fingernägel mal so kauen, ne? Wer seine Fingernägel kaut, der hat eine innere Unruhe. Also, der ist nicht psychisch krank oder so. Aber jemand, der seine Fingernägel kaut, der hat auf jeden Fall eine innere Unruhe. Aber es sind so Sachen... Es gibt Sachen in seinem Leben, die ihn stören. Der ist nicht ganz zufrieden mit sich. Hatte ich auch sehr lange so eine eklige Angewohnheit. Aber ist so. Die hat nicht ihre Fingernägel gekaut. Die hat die gegessen, Bruder. Die waren weg. Die waren einfach weg, Bruder. Ihr Bruder hat einmal so einen ehrenlosen Witz gemacht. Ich habe mal... Dings hier, wir haben uns getroffen. So ein Burger essen. Ihr Bruder, ich, sie. Ich bringe die Burger. Sie kaut an ihren Fingernägeln. Er sagt so... Isst doch mal die Burger, nicht deine Hände. So, weißt du? Ich so... Digga. Bruder, richtig irreloser Witz auf jeden Fall. Also, er hat es nicht so als Witz gemeint. Er war sauer so. Okay, er hat diesen ekligen Spruch halt so gebracht. Naja, irgendwann, Digga. Ich habe zu ihrem Bruder gesagt. Ich so... Bro, du weißt, ich liebe dich. Okay. Aber... Nee. Weil... Jungs, ich könnte euch 50 Geschichten erzählen, wie die immer wieder ausgetickt ist. Und irgendwann habe ich dann zu ihrem Bruder gesagt. Digga, ich ziehe das jetzt durch. Mir leid, Digga. Also, der, ich habe ein Leben. Bro, ihr müsst euch vorstellen. Ich bin zum Sport gegangen. Ja, ich habe so ein Kompressor-Shirt angehabt. Und die sind eng. Kompressor-Shirts sind immer eng. Aber das hat was mit dem Schweißtun, Digga. Wenn du jetzt mit diesem Shirt zum Beispiel zum Dings gehst, zum Sport gehst. Bro, alles nass. Das hängt dir dann, als ob du im Regen standst. Also, Kompressor-Shirts sind nicht so. Ich war beim Sport, habe gepumpt. Natürlich, wenn du pumpst, dann ist alles natürlich ein bisschen aufgepumpt. Und wir treffen uns nach dem Sport mit ihr. Sie sagt zu mir, bist du so hierher gekommen? So, wie? Hast du dich nicht umgezogen? So, was meinst du? Nein, ich habe Sport gemacht. Bin hierher. Lass uns was schnell essen. Ich genauso. Bruder. Oh mein Gott. Die, Digga, mitten auf der Straße. Die Leute gucken uns an. War mir das unangenehm. Kompressor-Shirt. Ja, ist doch gut. Entschuldigung. Ich habe es lange nicht. Ich habe es nur einmal gekauft, nie wieder. Deswegen sage ich die ganze Zeit Kompressor-Shirt. So. Ja, und das waren halt solche Geschichten. Und irgendwann habe ich dann zu dem Bruder gesagt, Digga, ich ziehe durch jetzt. Ne. Ich kann das nicht mehr, Digga. Das geht. Bro, ich war zieh. Digga, die hat mich mitgenommen. So, weißt du? Und dann sind wir wieder an dem Punkt. So, es war schön, dich kennengelernt zu haben. Und sie fing dann wieder an zu weinen. Und ich habe diesmal gesagt, nein, ich bleibe stark. So, ich so, tut mir leid. Aber das funktioniert nicht. Das ist zu toxisch. Du hättest sie einfach ordentlich bestrafen müssen. Glaub mir, war nicht möglich. Ich habe alles probiert. Ich bin hart geblieben, okay? Ich bin hart. Also, hart meine ich. Ich bin hart geblieben. Also, dass sie weint. Und ich mache keinen Rückzieher. Und dann fing sie an mit, ich werde mich umbringen. Sie hat selbst, also, sie hat Suizidabsichten mir gegenüber geäußert. Digga, und zu dem Zeitpunkt, wir sind, also, wir sind alleine. Das musst du dir mal reinziehen, ne? Sie guckt mich an und sagt zu mir, ich werde mich umbringen. So, guck mal. Das ist nicht gesund, okay? Was du da gerade von dir gibst, ist nicht gesund. Okay, lass das. Hör auf damit. Und ich wusste schon zu diesem, Digga, ich war so abge... Also, beim ersten Mal, ich habe ja nachgegeben. Ihr wisst, also, ihr könnt euch schon vorstellen, was für ein Mensch ich damals war. So, okay, du konntest mich relativ schnell einlullen. Und meinst du mir, ich will mich umbringen. Und irgendwann war mir das einfach auch egal. Ich so, ey, lass mich in Ruhe, okay? Lass mich einfach in Ruhe. Und ich wusste ja, dass die halt okay ist. Lass mich einfach in Ruhe. Und dann, als sie gemerkt hat, dass mit diesem, ähm, ich werde mich umbringen, nicht gezogen hat. Weißt du, also, jetzt, jetzt, ratet mal, was danach gekommen ist. Schwanger, schwanger, schwanger. Müsst du überspringen. Müsst du überspringen. Also, ihr habt schon übersprungen. Das kommt später. Nachdem ich bring... Ich bring mich um und ich, äh, nimm das nicht ernst, kam dann, ich bring dich um. Ich so, was? Ich werd dich umbringen. Sie hat gesagt, ich werd dich umbringen. Ohne Witz. So, Digga. Und ich hab zu dir gesagt, ohne Witze, da waren wir am Telefon, ne? Ich hab angefangen zu lachen und die ist ausgerastet, weil ich sie halt nicht ernst nehme. Die ist komplett ausgerastet. Hat sie sich mit Messer bedroht? Nein, nein, sie hat das so geäußert. Karl Bonhoeffer. Ja, meinst du, das ist so eine Psychoklinik hier? Auf jeden Fall, ich lach, Digga, ja? Weil sie sagt, ich werd dich umbringen, ja? Weil, erst mal, ich bring mich um. Nein, ich bring dich jetzt um, Digga. Und ich lach so und sie rastet aus. Aber wie? Bruder, sie kreicht. Sie kreicht. Ich sag's hier. Nenn jetzt irgendeinen Namen, der mir einfallen. Ey, Zaynab, du bist krank. Ich sag's hier wirklich direkt. Ich schwöre, du bist krank. Zaynab, ich sag sowas nicht. Ich so, Bruder. Die ist komplett, Digga, die war echt am Durchdrehen. Und dann hab ich irgendwann gesagt, ich leg auf, Bruder. So, hä? Digga, danach fing die, die hat wirklich alle Register gezogen, Jungs. Am nächsten Tag ruft sie mich an. Ich geh erstmal nicht ran. Und danach, sie ruft auch nicht, also sie ruft nur einmal an. Und danach, ich geh nicht ran. Danach kommt nix. Und da wusste ich, irgendwas stimmt hier nicht, Bruder. Irgendwas stimmt hier nicht. Normalerweise anrufen, ich geh nicht ran, anrufen, ich geh nicht ran, anrufen. So, weißt du? Und danach, das Telefon bimmelt nicht mehr. Ich denk so, hä? Sie schreibt mir, sie sagt, es ist wichtig. Ich will dir nur was sagen. Okay, ich ruf sie zurück. Was willst du? Ich bin schwanger. Sack, den Armen, da komm, Digga. Sack, den Armen, da komm, hier. Geh mal hecken. Direkt blockiert. Blockiert alles. Kommt die damit an, Digga. Ich bin schwanger. Sack, den Armen, da komm. Ich hab jetzt noch genau so gesagt. Sack, den Armen. Direkt. Digga, sie hat gemerkt, das beeindruckt mich auch nicht. Sie nimmt das Handy von ihrer Freundin. Sie sagt, ich bin's, ja. Ich werde dir ihnen erzählen, dass du mich vergewaltigt hast. So, Bruder, jetzt wird's ernst. Also, wenn die damit jetzt ankommt, das wird jetzt ernst. Bruder, sie nimmt das Handy von ihrer Freundin und schreibt mir, ich werde dir ihnen erzählen, als du mich halt vergewaltigt hast. Und da hab ich gesagt, Bruder, jetzt wird's langsam ernst. Ich hab ihren Bruder angerufen. Ich so, Digga, pass auf. Äh, du weißt, ich war mit deiner Schwester zusammen. Es ist mir sehr, sehr unangenehm, dass ich dir das überhaupt so sagen muss. Das ist, das ist maximal beschämend. Aber es ist nicht meine Schuld. Aber deine Schwester hat mir gerade so und so etwas geschrieben, damit du Bescheid weißt. Und ich sag dir jetzt schon mal, es stimmt nicht. Wenn du irgendetwas machen willst, mach. Kein Thema. Aber kommt mir nicht mit, also sie sollen mir nicht mit so einer Scheiße ankommen. Ich so, guck mal, ich hab dich nicht ein einziges Mal angerufen und dir irgendwie gesagt, äh, hilf mir mal oder sonst was so. Aber das hier, guck mal, alles, was die Gesagten gemacht hat, hab ich nicht ernst genommen. Okay? Aber das hier ist langsam, also das hier ist dreckig. Er meinte, ja, hab ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Guck mal, wenn du mir so kommst, dann weiß ich, okay, dann hab ich meinen Seelenfrieden mit dir. Er wusste ja, wie seine Schwester drauf ist. Da hab ich meinen Seelen... Mir geht's nur darum, auf sich scheißig, hab ich gesagt. Auf sich scheißig, guck mal, du bist wirklich ein super feiner Mensch. Egal, wann du was in deinem Leben brauchst, du kannst mich jederzeit anrufen. Aber das hier geht zu weit, Bruder. Ich so, der, was ist das denn? Er meinte, ja, tut mir leid. Ich so, Bro, ich will dich gar nicht weiter mit diesem Thema beschäftigen. Beschäftige dich auch nicht damit. Ich wollt nur meinen Seelenfrieden mit dir. Wenn ich weiß, du weißt, dass das scheiße ist, ist alles in Ordnung. Hab das mit der dann so geklärt. Bruder, die hat wirklich ihre Freundinnen auf mich gehetzt. Wie konntest du ihr das antun, du Schwein? Und ich denk mir so, Bruder, warum rufen mich ihre Freundinnen an und die Polizei kommt nicht zu mir? Hä? Warum kommen die Bullen nicht, Digga, hä? Also, wenn sie das doch jedem erzählen will. Ich musste daraufhin nochmal ihren Bruder anrufen. Ich so, Digga, hat dir deine Schwester irgendwas gesagt? Er meinte, nein, ich hab nichts von ihr gehört zwei Tage. So, alles klar, okay. Ich wusste, da labert die nur. Also, diesen zum Glück, also, sie hätte diesen Schritt gehen können, Bruder. Ich sag dir, also, das, also, du kannst mir vieles vorwerfen, aber das ist schon eine sehr, also, das ist ein sehr ekliger Vorwurf, Digga. So, weißt du, was ich meine? So ein widerlicher Vorwurf. Also, und da hatte ich wirklich, also, Bro, ich hab mich richtig geekelt danach vor der, ich wusste halt nicht, wie die halt drauf war und, also, das ist wirklich so, das Maximale gewesen. Und danach hab ich halt, halt, äh, erfahren, das ist halt ein Mensch mit Borderline-Syndrom. Ich hab mich so mit diesem, ähm, mit dieser Krankheit nur kurz beschäftigt. Ich hab jetzt nicht, ich hab nicht komplett, äh, mich jetzt hingesetzt, ein Buch über Borderline gelesen. Aber Borderline-Syndrom entsteht, also, es ist eine psychische Krankheit und so, wie ich's verstanden habe, ihr könnt, ne, keine Ahnung, ob ich da richtig liege, es ist halt eine Persönlichkeitsstörung und die wird halt meistens, also, das ist, also, du bekommst dieses Ding nicht, du bekommst dieses Syndrom nicht, äh, durch, durch, ähm, durch deine Geburt oder so, sondern es müssen Sachen in deinem Leben passieren, die dich über eine gewisse, über einen gewissen Zeitraum, ja, beschäftigen. Also, nur als Beispiel, gerade bei südländischen, äh, Mädels, früher, mittlerweile ist, heute gibt jeder jede Mammonerkäume, heute gibt's Rudelbums. Aber früher war's so, bei, gerade bei südländischen Mädels, ähm, wenn du keine Jungfrau mehr warst, warst du automatisch direkt ne Schlampe. Ich seh das, ich hab das noch nie so gesehen, ja, äh, äh, für mich ist ne, also, wie soll ich das sagen, für mich ist ne Schlampe, es gibt noch männliche Schlampen, ja, wenn du durchgehend, äh, äh, durchweg deine, deine Geschlechtspartner wechselst, so. Also, das ist wirklich, ähm, so, ihr wisst, was ich meine. Aber früher war das so, sobald du keine Jungfrau mehr warst, warst du halt eine Schlampe und du warst zu nichts mehr gebrauchen und deine Ehre war weg und hast du nicht gesehen. Gerade bei südländischen Mädchen hat sich Borderline-Syndrom so entwickelt, du musst dir vorstellen, irgendeiner hat hier die Liebe vorgespielt. Irgendeiner hat hier die Liebe vorgespielt, dieses Mädchen hat sich verliebt und es ist dann halt irgendwann zum Sex gekommen, musst du dir vorstellen. Dann hatten die halt Sex, so, und dieser, dieser Typ, der hat sie halt nur veräppelt oder vielleicht ist es auch irgendwie anders zu der Trennung gekommen, die haben sich getrennt. Und die muss jetzt irgendwie erklären, dass sie nicht mehr Jungfrau ist, das macht sie aber nicht. Das ist nicht so einfach gewesen für ein Mädchen oder es ist heute immer noch nicht so einfach, ja, äh, dass du nach Hause gehst und sagst, ja, ich bin keine Jungfrau mehr. So, die haben sich dann eine Lüge aufgebaut. Es gab auch viele Mädchen, die sich halt ihr Jungferinhäutchen dann wieder auch, ähm, äh, äh, wieder zu, zunehmen, zunähen lassen haben, ja. Aber sie haben sich halt eine Lüge aufgebaut, nein, ich hatte nie Sex, nein, ich bin noch Jungfrau. Du musst dir vorstellen, sie wollte einfach, dass jeder in seinem Kopf drinne hat, ja, ich bin Jungfrau, ich bin Jungfrau. Diese Mädels haben sich dann halt einfach eine, eine Lügenwelt aufgebaut und an diese Lüge, also die haben diese Lüge für sich selbst einfach zur Wahrheit erklärt. So, sie haben, obwohl sie keine mehr ist, ja, und das war ja für die ganz dramatisch, ganz schlimm, hat sie trotzdem gesagt, ich bin eine. Okay, ich bin immer noch eine. Und dein Gehirn, ja, dein Gehirn, also dein Gehirn ist nun mal da, als für logisches Denken. Dein Gehirn weiß, okay, das stimmt nicht, ich wurde gebärbert. Aber sie sagt nein. Also du kommst in einen Konflikt mit deinem Gehirn und da kommt dann der Zeitpunkt, wo sich langsam Borderline so ein bisschen entwickelt. Gerade bei, also in solchen Vorfällen. Es kann aber noch ganz andere, wirklich, es können noch ganz andere Situationen entstehen, warum ein Mensch Borderline bekommt. ! ... ... ... ... ... ... ...